So, liebe Camper, erstmal schönen guten Morgen. Philipp, komm, ich zeig dir mal was. So, willkommen in der Antarktis. Ich hab gestern, ich krieg ja immer so vor, wenn ich mal so was mach, so tausend E-Mails wieder, ne? Ja, mein Auto wird aber nicht kalt, haben mir einige geschrieben. Kinder, ich möchte euch jetzt mal was zeigen. Schau mal hier. Ich kann's gar nicht aushalten hier drin. Ich hab einfach mal ein bisschen Gas gegeben. So, und jetzt schaut euch doch mal bitte den Raum an. Schau mal. Hier, dreh dich mal um. So, hier hab ich zugelassen. Aber, warum ist das so? Ganz einfach. 3,5 kW. Die hat eigentlich 3580, also 3,6 kW. Das ist keine Klimaanlage, das ist ein Monsterteil. Ich wollte nur mal sagen, das mach ich nicht mit. 2,000 Watt. Wenn wir mal umrechnen, zu der hätte ich ja 1600 Watt weniger. Das ist alles Mord. Egal. Aber ich wollte nur mal zeigen, das ist doch nicht normal. Kinder, schau mal. Das ist doch nicht normal. Ja gut, die haben immer ein bisschen abweichelt. Das kannst du gar nicht aushalten. Das ist jetzt eigentlich nur mal zu zeigen. Die kann noch mehr. Und hier steht die volle Sonne drauf. Ich kann das gleiche Video um 2 Uhr mittags machen. Das ist wirklich ein brutales Monster, die Klimaanlage. Das ist mir schon wichtig. Weil, was ich da gestern gekriegt hab, bei uns, die läuft den ganzen Tag. Ich muss erst mal drauf gucken. Wenn wir 1700 Watt Klimaanlage haben und Wohnmobil ist 8 Meter, kannst du die Klimaanlage runter bauen. Brauchst du nicht. Kannst du nicht gebrauchen. Wenn ich das mal aufteilen würde, die 2000, und ich nehme die Differenz von 1600, hinten. Dann hätte ich zwei Klimaanlagen, wo ich gesamt 3600 hätte. Dann habe ich nur hier. Hinten habe ich ja eine Staukasten-Klimaanlage. Weil, ich kann ja am Abend, die könnte ich ja anmachen. Aber dann kühlt die mir den ganzen Abend, im Sommer, das ganze Auto. Das Autarke, wo wir darüber gesprochen haben, ist ja so wichtig. Hinten brauche ich 300 Ampere, 260 Ampere. Spielend läuft die die ganze Nacht, die Klimaanlage. Ich habe es schon mehrmals ausprobiert. Aber, wenn ich draußen diese 35, 37 Grad habe, wisst ihr, wie schön 23 Grad da ist? Wisst ihr, das ist ein Traum. 23, 24. Nicht immer hier, bup, 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 bup. Ich habe jetzt mal hier richtig Gas gegeben. Also, wie gesagt, das ist keine Klimaanlage. Das ist einfach nur ein Monsterteil. Und da habe ich auch schon über 120 von verbaut. Ihr habt ja letztens den Turm gesehen, den ich da habe. Das ist eine Multisplit. Traumhaft. So, gehen wir mal gucken, was in der Werkstatt los ist hier. Ich mache, aber warte, warte. Erstmal das Ding aus. Hier kann ja kein normaler Mensch, so, kann ja kein normaler Mensch raus haben. Du kriegst ja, du kriegst ja eine Lunge hinzu. Hier haben wir einen Phönix. Zwei Bleibatterien, wird alles geändert. Da liegt schon die Kombi. Ja, der kriegt den Mega-Einbau, der Phönix. Aber auch ein sehr schönes Auto von Phönix hier, ne? Auch nicht broken, ne? Die sind so Barplatten, alle haben vorbehalten. Da haben keine mehr. Ich habe schon Druck gemacht. Das ist, mit Solar geht das hier gar nicht mehr. Warpflug, was sagst du zu Solar? Bestellst du 400? Ich weiß nicht, wo ist der Herr oder so. Ich weiß nicht, wo ist der Herr oder so. So, das ist alles, was wir besitzen. Gut. Wir bereiten immer alles vor. Das ist für uns immer ganz wichtig. Siehst du, dann können wir die vom Regal nehmen. Da haben wir keine Zeit für. Ein Mann, der macht immer ein-, zweimal in der Woche die ganzen Halter schon ran. Ja, hier fehlt auch Vorlesbund. Ich weiß, schau dir mal den Zettel an. Ich weiß nicht, was im Augenblick oder die letzten, der letzte halbe Jahr los ist. Die Leute kriegen eine Ausstattung in ihre Autos. Das ist nicht mehr normal. Flo, was sagst du dazu? Aber wenn man das jetzt wieder sieht, das beste Beispiel von gestern, heute Nachrichten. Wenn ich überlege, wenn ich dann höre, dass manche Bundesländer jetzt zum Beispiel für NHW eine Reisewahl erlassen. Ich verstehe es. Ich brauche nicht über das Thema Schlachtbetriebe ohne rumreden. Aber ich sage mal, der Grundsatz ist da. Und zum Beispiel der eine oder andere hatte Gedanken, wo ist vor, jetzt in der Feriengründung, jetzt in der Ostsee buchen, wenn ich jetzt auch so will. Jetzt darfst du da in den Bundesland wieder nicht rein, aufgrund der Nestbeschränkung. Du bist einfach jetzt, ich sage mal, flexibel mit dem Reisemobil. Du kannst doch morgens, wenn du losfährst, entscheiden, fährst nach links, fährst nach rechts, fährst nach oben, fährst nach unten. So, und das ist natürlich das, was die Leute da nutzen wollen. Und das nächste ist, wir haben Stellplätze. Wir haben ganz, ganz viele Stellplätze. So, aber wenn ich einen Stellplatz habe, 200 Stellplätze, 30 Stromanschlüsse. Wenn ich da am Wochenende hin will, Donnerstagabend sind die belegt. Dann brauche ich da nicht mehr hinfahren. So, und das ist natürlich das, warum die Leute einfach sagen, hey, wir wollen autark sein. Muss ja nicht immer das brachiale Paket sein. Aber wenn wir jetzt das Beispiel hier, das Auto hier als Beispiel nehmen, wo der Götz jetzt gerade so schön die Sicht versperrt. So, der Mann sagt, ich möchte vernünftig autark sein. Der kriegt 180er Lithium, schönen Hauptschalter, 2000 Watt Wechselrichter mit einem Zusatzladegerät. Da haben wir 95 Watt Solar, machen wir richtig schön das Solarfeld oben drauf. So, der Mann ist autark, der kann von April bis Oktober, braucht der keine Steckdruck. Stopp, die Frage auch vom Kunde, wo wir, wir haben schon was im Kopf, wo wir ein ganz klares Nein sagen. Der Kunde, Sebastian, hat ja gesprochen über die Truma. Ja. Es geht nicht, es geht nicht. Die Truma haut sich pro Stunde 85 Ampere weg. So, der hat aber doch nur den einen Akku. Jetzt kommen wir auf das Thema, ja, kannst du mal eben runterkühlen. Ein Runterkühlen gibt es nicht. Der ist eine Stunde erstmal am Kämpfen, um das Auto zu entfeuchten. Dann kommt so die erste leichte Kälte. Dann lässt du noch 20 Minuten laufen, dann machst du es aus. Jetzt steht das Auto in der Sonne. 20 Minuten später, da hat der 150 Ampere verbraten. Nein, aber da sind wir gefordert. Wir alle sind gefordert. Dem Kunde das zu erklären. Eine Pappnase sagt jetzt, ja, kannst du machen. Ja, sicherlich läuft die. Es ist nicht, dass die Klimaanlage nicht läuft. Wenn du heute verdraht bist, dann haust du die an. Das müssen die richtig verstehen. Nicht, dass der Akku das nicht kann. Der Zeitfaktor ist ja immer leer. Aber der Zeitfaktor, anderthalb Stunden, was hast du erreicht? Sag ich dir. Du hast 150 Ampere stunden aus deiner Batterie weg. Das hast du erreicht. Und hast für 10 Minuten mal 4 Grad weniger. Machst die Klimaanlage aus, gehst einmal kacken, kommst du wieder. Das ist nun mal so. Aber darum gehen wir auch ganz, ganz viel hin bei den Kunden. Vor allen Dingen bei, ich sag mal, die Kunden, die sagen, hör mal, ich möchte autark sein. Dann geht man gar nicht mehr zwangsläufig immer auf die Klimaanlage, sondern darum gehen wir ganz, ganz viel aufs Max-Rennen. Weil du hast einfach, was ist das Problem? Die Karren heizen sich auf. So, du hast eine stehende Luft. Und durch das Max-Rennen machst du einfach eine Luftvorwirbelung, einen Luftaustausch. Und das, wenn abends die Sonne untergeht und ein bisschen abgekühlt ist, das macht schon verdammt dann viel aus. Und du bist voll autark. 12 Volt, läuft, fertig. Perfekt, Ergänzung zum Klimaanlagen. So, Philipp, dann zeige ich dir da mal. Ja, ist ja auch eine große Halle hier. Dirk, tu mal das Popo weg. Aber wir brauchen dringend unseren Neubau. Du siehst ja selber, kannst ja gar nicht mehr laufen. Hier das Gleiche, hier genau das Gleiche. Und du kriegst auch mega viel. Das ist unglaublich. Da steht der Nächste. So, wir sind hier. Ja, hier kriegen wir nochmal zwei Autos rein in der Halle. Wir können, wir kriegen hier in der Halle drei Fahrzeuge rein. Hier zwei. Sind fünf. Ja, und wir nutzen dann diesen Stellplatz auch sehr viel. haben wir sechs Fahrzeuge. Demnächst kriegen wir 13 rein. Es ist einfach, wir sind einfach anliegen. Mehr geht nicht mehr. So sieht das heute wieder aus. Und diese schönen kleineren Fahrzeuge, die bauen wir jetzt auch ganz, ganz extrem. Es ist hier ein schönes Weinsberg. Aber der Kunde möchte erst mal, ich sag jetzt mal einfach, von März bis Oktober, bis November autark sein. Ist er. Das garantieren wir. Aber dem Kunde einen Schwachsinn zu erzählen mit Klimaanlage, gibt es ein ganz klares Nein von uns. So sieht es aus. Ja, komm, wir müssen uns mal hier durchhuschen. Wir sind ja schlank. Wo ist denn der, 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 der Mürgner drauf? Ich bin den ganzen Scheiß drauf. Ja, so sieht das. So sieht das einfach aus. Man muss einem Kunde das richtig gut erklären. Die Kunde sind total enttäuscht. Die sind total enttäuscht. Da muss man auch, man. Viele haben die Erfahrung fehlt. Die, die, die lassen das Ding nachher zwei Stunden laufen. Die wissen nicht, wann muss ich denn jetzt ausmachen. Bumm, Akku aus. Das wollen wir nicht. Und das erzählen wir unseren Kunden nicht. Wenn euch das gefangen hat, liebe Camper, Kanal abonnieren. Ich bin richtig ruhig. Ich habe im Augenblick nicht so viel Scheiße wie sonst. Und wir sehen uns.